Dazu kamen als Thema die aktuellen Vorschläge wieder der Union, aber auch anderer politischer Kräfte zur Situation am Wohnungsmarkt in Deutschland. Wir stellen fest, dass die Wohnungssituation in Deutschland sehr unterschiedlich ist. Es gibt Regionen und Städte mit viel Leerstand, aber es gibt auch Gegenden und Städteballungsräume in Deutschland, in denen in der Tat die Wohnungssituation angespannt ist. Das ist der Grund, warum wir als Koalition zum 1. Mai eine Novelle des Mietrechts verabschiedet haben. Erstmals seit zehn Jahren die Interessen von Mietern und Vermietern wieder in ein Gleichgewicht gebracht haben. Energetische Sanierungen erleichtern, damit die Qualität des Wohnraums steigt. Mietnomadentum bekämpfen, damit nicht jene, die vorsätzlich keine Miete zahlen, Wohnraum blockieren, aber auch die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen gesenkt, sodass wir in regional angespannten Wohnungsmärkten auf Wunsch des betroffenen Bundeslandes, auf Antrag des betroffenen Bundeslandes die Mieterhöhungen begrenzen können. Das alles ist geltendes Recht und deshalb sind wir schon erstaunt, dass jetzt von unserem Koalitionspartner weitere Markteingriffe geplant werden. Wir glauben, dass es keine Mietpreisbremse, keine Mietpreisgrenze im deutschen Mietrecht braucht. Denn Wohnungsnot, Qualitätsverbesserung im Wohnungsbereich. Die Wohnungsnot werden wir nur bekämpfen, die Qualitätsverbesserung werden wir nur erreichen, wenn Menschen in Wohnraum investieren. Und jedes Signal, dass jetzt die Investitionen einbrechen lässt, dass den Neubau behindert, dass die neuen Chancen, die unsere Baugesetzbuchnovelle schafft zur Nachverdichtung im Innenstadtbereich dämpft, führt dazu, dass der Wohnraummangel steigt. Und ich erlaube mir den Hinweis, das größte Mieterhöhungsprogramm, das derzeit diskutiert wird, ist die Einführung einer Vermögenssteuer, wie Rot und Grün sie planen. Denn soll doch keiner glauben, dass die Inhaber von Mietshäusern diese Vermögenssteuer zahlen werden, sondern die werden die Mieterinnen und Mieter am Ende mit einer höheren Miete bezahlen. Und deshalb ist auch diese Debatte schädlich, um die angespannten Wohnungsmärkte zu entlasten. Wir wollen Investitionen in Mietwohnungsbau. Der Bund gibt dafür über 500 Millionen Euro an die Bundesländer. Wir wären froh, wenn alle Länder dieses Geld auch verwenden würden, die Investitionen im Mietwohnungsbau zu tätigen und zu fördern. Und eine Mietpreisgrenze führt am Ende nur zu weniger Investitionen und damit zu weniger Wohnraum und am Ende auch zu steigenden Mieten. Die Diskussion kommt zur falschen Zeit. Und deshalb werden wir auch innerhalb der Koalition dafür werben, keine weiteren gesetzgeberischen Änderungen vorzunehmen. Wir haben außerdem im Präsidium über die Situation kurz vor der Bundestagswahl gesprochen. Wir sind in intensiven Wahlkampfvorbereitungen, wie Sie sich vorstellen können. Und sozusagen Informandi-Causa werden dann im Laufe der kommenden Woche auch mit unserer Werbelinie in die Öffentlichkeit gehen. Das ist auf einem guten Weg.